Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu Warhammer Bermittal 2. Jetzt nochmal ein ruhiger Trunk und dabei habe ich einen Spezialgast. Naja, gut, so speziell bin ich jetzt eigentlich auch wieder nicht. Aber mal wieder da. Lange nicht dabei, genau. Ich habe keine Ahnung von dem, was wir tun müssen, aber ich habe gehört, man muss trinken. Das kann ich relativ gut. Genau. Also, am Start noch nicht, aber dann, wenn es das Bier gibt, wirst du es sehen. Und dein Super lädt schneller auf dann dabei. Ich gucke mich nur um. Toll. Die Szenerie müsste ja auch bekannt vorkommen. Ja, jetzt leg dein Super noch nicht schneller auf, wenn du das Bier getrunken hast erst. Ja, das ist ja nicht schlimm, ich wollte nochmal. Ich habe nämlich die ganze Zeit immer mit rechter Maustaste gedrückt. Und mich gewundert, dass es nicht funktioniert hat. Und ich habe praktisch mal, ich muss die linke Maustaste gedrückt. Hier, keine falsche Kritik üben. Ja, ja, ja. Normalerweise kommen ja immer die dicken Viecher, man muss abhauen. Aber hier ist ja relativ ruhig. Noch geht die Musik nicht los. Die Musik ist richtig geil am Ende. Toll. Weißt du, er macht den Gegner nicht fertig, aber er hat den Heiltrank. Ich habe pariert, war alles geplant. Ach, das war Gruber. Ja, ich bin Gruber. Ach so, doch. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Neun von zehn. Fünf von zehn. Oh, ich bin ja jetzt mittlerweile, ähm, dient die Spielleiter. Und das ist so amüsant, Spielleiter zu sein. Die denken so, alle, die sterben, ist nur einer gestochen. Aber nicht ganz. Nur, nur am Boden lag er. Ja, das ist echt so lustig. Hier mit Fabiano und so. Ja, ja. Ah, ja, es kann ja keiner schießen eigentlich. Ja, doch, Kyrillien. Ja, theoretisch. Warten wir mal, bis die schießen. Ah, hier gibt es noch einen Trank. Dann sage ich mal, dass irgendjemand den mitnehmen. Okay, vielleicht nicht der. Aber ich habe auch schon wieder voll vergessen. Oh, jetzt habe ich den Trank. Ja, ich habe ihn dir, also ich habe den Bots doch gegeben und die haben ihn dir ja gegeben. Ah. Ich wollte sagen, ich finde es toll, wie entspannt Gruber eigentlich ist zu spielen. Du kannst immer deinen schweren Angriff machen. dich mal kurz umschauen und dann raubbauen. Ich glaube, hinter uns genau kommt noch ein bisschen was. Ja. Du kannst gerade mit dem Doppelhämmern, gell? Ja. Ah, die sind schon cool, ja. Ich sollte ja auch mal öfter nutzen. Ich bin irgendwie voll der, ähm, Flegel- und Schildtyp. Ja, die habe ich auch, aber, also. Ja, der Flegel ist halt richtig geil gegen, ähm, Stormwärmen und so ein Quatsch. Ja. Dafür nehme ich den auch immer. Ich ziehe da am liebsten dann zweimal mit einem schweren Angriff durchs Gesicht. Aber für die Horden sind die Hämmer besser. Ich, ich weiß nicht so recht, ob das wirklich so ist. Also, ich spiele lieber das Schild, äh, den Flegel sogar bei den Horden. Nee, ich nicht. Also, kommt drauf an, wenn irgendwas Spezielles drin ist. Oh, nein. Uiuiui. Wenn irgendwas Spezielles drin ist, dann, ja, da vorne. Dann nehme ich doch lieber das Schild, aber ansonsten. So, der gehört mir. Ja, der da. Ja, ich konnte nicht mal richtig treffen. Ich stehe hier so halb im Wasser, was mir geführt, die ganze Geschwindigkeit raubt. Okay, ich kümmere mich kurz um die Hookratte. Ich muss immer aufpassen, weil die Monster, die gucken sich gerne, vor allem der hier, der guckt sich richtig gerne schnell um. Und versucht dann, ja. Ich kümmere mich gleich drum. Danke. Lagen ja alle am Boden. Oh, Beutewürfel. Ja, ja, der Beutewürfel. Aber das finde ich auch in Kuba so toll. Du kannst einfach kurz schwerer Ertrag gedrückt halten und du blockst ja sicher. Also, ich habe Karelle mal meinen Drang hier angedreht. Ah, wir haben, wir haben eine Spieler-Karelle jetzt auch. Hm, und Sienna nimmt dann mal hier den mit. Okay. Sie will die Heilung nicht. Ähm. Ja, ja, wir können. Alles gut. Manchmal liegt ja hinten was, aber diesmal nicht. Ich bin verwirrt. Ich, okay. Ja, ja, die Map kennst du ja auch noch nicht. Du kannst, willst du links lang gehen? Ich laufe dann hier lang. Und dann treffen wir uns da unten bei der Bar. Ja, guck mal, da ist was. Hey. Okay. Die Musik am Ende ist richtig geil, finde ich, an der Event-Map hier. Aha. Musik hast du gar nicht an, oder wie? Ich glaube, nein. Nein. Vielleicht solltest du das mal machen. Ja, warte kurz. Ich habe die Saison auf, ähm, 80 oder 90 Prozent sogar mittlerweile. Nein, jetzt habe ich die Änderung verworfen. Ich hasse es. Ich kümmere mich gleich um die Chaos Warrior. Die Musik ist ja nicht Gesamt-Lautstärke. Nein, ich weiß. Aber die Musik ist zu laut, das kann ich. So, von da kommen die Chaos Warrior. Okay, Karelian macht die schon, wie es aussieht. Guck dir das mal an, was... Die rennt einfach durch. Okay, soviel dazu. Dankeschön. Ja, ich habe noch gar nichts gemacht. Nee, wer auch immer mich geholt hat, was... Ich muss echt mal hier mit einem Schild hier mal rein. Warum müssen die eigentlich alle bei mir sein? Ja, genau. Ja, ich versuche mal ein paar hier runter zu schubsen. Ich kann nicht... Ich kann niemanden holen. Ich muss mal hier ein Schild... Gib mir ein Schild, verdammt. Okay, jetzt habe ich drei. Das ist gut. Nee, ich kann dich nicht holen gerade. Macht nichts, gleich bin ich jetzt direkt. Ich stelle mich gerade auch nicht gut an. Tut mir leid. Liegt ja, wenn ich es noch irgendwo heilen oder so? Äh, da, wo ich gestorben bin. Ah, danke schön. Stell ich mich mal wieder gut an. So, ihr liegt da hinten. Ich kann hier mal Speed trinken. Speedy Speedboy. Das sieht schon hart witzig aus. Ja, warte, jetzt hole ich den auch schnell hier weg. Macht keinen Sinn, ähm... Jetzt noch am Leben zu lassen, damit die mich von hinten ärgern. Ich gucke, ob es hier was zu mitnehmen gibt. Ah, guck mal, da gibt es eine Bombe. Ich finde es immer gut, dass die Vermittile-Musik dann so angeht, wenn man alleine ist. Das Vermittile-Team. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. Du hast immer Musik aus. Dabei kannst du es hier mal anhaben mit dem Spiel. Ich hab das auch bei anderen Spielen mitunter an. Es kommt immer drauf an, wie wichtig ich die Musik finde. Ich find die für die Stimmung cool. Und ich bin mal mega gespannt auf, ähm... Die Darkteils-Musik. Okay, wenn die da langspringen, komm ich mal langsam zu dir. Ähm, es heißt ja jetzt auch, mit den Patches, dass es gefixt ist, ähm... dass ihr nicht mehr so kacke spawnt. Ah, heißt nicht beim Skitter-Tor direkt am Ende. Genau, wenn du am Ende spawnst, müsstest du vor uns geworfen werden mit deinem Spawn. Das Problem ist, das Ende ist ja auch der Anfang. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das, ähm... stimmt. Oh! Am Ende haben die unsere Videos gesehen und dann... Ja, ja, Patcher guckt so und dann so, ach, ja, Simon, der spawnt am Ende. Wobei, das haben wir nie veröffentlicht, oder? Weil's gefailt ist. Ich hab, ähm, ne Meme-Compilation draus gemacht. Mehr oder weniger gut. So. Müssen wir hier überhaupt langen? Ich hab keine Ahnung. Dann konnte nur ein aufmerksamer Zuschauer wissen, dass du am Ende warst. Also, am Ende ja, aber ich meine, dass du am Ende gespawnt bist. Okay, ich mach mal die unten hier schnell fertig. Oh, hier wäre Heilung, nehm ich mal mit. Guck mal, ich kann hier den 0815, ich schieße durch den Boden, oder ich schlage durch den Boden-Trick machen. Ich fänd's cool, wenn das, ähm, nicht mehr gehen würde. Weil das betrifft auch Gegner. Die können auch durch Gegenstände durchschlagen. Na gut, Carolin ist da grad noch ein bisschen beschäftigt. Riecht ein. Ja, ich find die Musik richtig geil. Ja. Kann man bei mir erahnen. Ich kann gar nicht trinken. Ja, wir müssen alle da sein. Wir sollen doch da sein. Jetzt. Und immer... Ich hab automatisch getrunken. ...immer einen haben. Wenn das... Wenn du jetzt noch einen trinkst, dann kriegst du zwei Bier. Aber du darfst es nicht auf drei kommen lassen. Sonst, ähm, gehst du kaputt. Gehst du down. Wie, das ist denn zu viel, oder was? Mhm. Du musst die hintereinander trinken. Und wo krieg ich ein Bier her überhaupt jetzt? Äh, die finden wir jetzt so ab und zu mal. Ah, okay. Jetzt zum Beispiel ist es weg und dann wird alles hier so... Ja, ja, wie echt. ...grau. Ich warte jetzt, bis die Rolle da komplett zerschossen ist. Ja, komm, hier ist noch einer. Jawoll. Ja. Das Schild ist echt nützlich. So, hier rechts liegen oft irgendwelche rum. Ich... ...nehme mir eins von den beiden da. Ah, hier ist auch eins. Ui, das macht aber ganz schön viel Schaden. Kannst du auch markieren. Bio oder Gegner? Bei beides. Ich glaub, tränke jetzt den sogar auch als Bier. Ich geb mir meinen Trank fürs Ende auf. Da ist. Ja, du sollst, wenn's geht, bei eins lassen. Weil wenn du mal ein zweites trinkst, kommst du nur auf zwei hoch. Also, das ist so mein... ...mein Tipp dabei. Das ist es. Ja, man ist da grad vorbei und hat gerülpst. Ja. Gerülpst. Aua. Ich find's schrecklich, dass wir grad gegen Gore kämpfen. War kurz auf den Assassinen. Da kommt gleich hoch. Oh, ich find's auch toll, dass du gar nicht mehr nach geradeaus... ...also nicht mehr vorwärts auf kannst, richtig. Ja. Oh, das war ein One-Hit. Krass. Ich geh mal hier hoch, weil oben liegen auch noch welche. Hier unten sind sechs Stück. Ja, aber... Vielleicht bleiben wir unten länger, wenn ne Welle kommt. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich glaub hier lang. Ja, das sieht gut aus. Kann sein, dass das Super sich entlädt, wenn man... ...wenn die Wirkung nachlässt. Ey, du hast... ...wenn die Wirkung nicht mehr da ist, hast du gar kein Super. Jaja, und da muss man halt aufladen. Okay, ich komm mal ein Stück zurück. Wir müssen, äh... ...schöne Front hier bilden. Ich wollt grad meinen Super setzen. Aua, ich bin tot. Ah, du hast hier Dings Super gerettet. Ich komm zu dir. Danke. Ich trinke mal kurz meinen. Oben liegen noch welche. Manchmal finde ich das komisch, dass mich die nicht so gut treffen. Selbst wenn ich vor den stehe. Manchmal geht der Slash von oben voll weg. Also, trifft mich nicht. Okay. Jetzt brauch ich was. Gib mir ein Bier. Danke. Na, so viel dazu. Der Troll war jetzt so nah. Ich heim mich mal direkt. Dann trinke ich und gehe drauf. Danke schön noch. Aua, Assassine. Der hat hier grad gekrochen, um mich zu bekommen. Interessant. Nee, reiß nicht mehr. Ich brauch wieder neues Bier, theoretisch. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen Schild-Action machen. Immer schön, dass man hier so alles zieht, gell? Ja, ist der Wahnsinn. Ich bin hier effektmäßig voll überlastet. Oh, ich hab hier noch ein Heil-Kit bekommen. Braucht jemand Leben? Also, du bist nicht grau? Ja, ich bin grau. Doch, aber. Ja, komm, dann hier. Find ich dich mal. Dankeschön. So müssen wir jetzt immer noch trinken. Ja, ja, die ganze Zeit. Das geht bis zum Ende. Sehr gut. Da ist noch was. Wer pfeift hier eigentlich? Bin ich das, ja, ne? Nee, nee, das ist die Musik. Achso. Ja, das ist nicht so zu unterscheiden. Das ist... Würdest du Musik mal anmachen? Würdest du das auch hören? Musik ist ja an. Oh, hier ist Kunst, die nichts bringt. Gesamtlautstärke 68, Musik 55. Wieso nicht 69? Weil 68 sich angeboten hat. Oh, ich kann kaum geradeaus laufen. Ich, äh, das hat was mit... Es ist durch... Ich würd mich heilen. Ja, krass. Es ist durch Vierteilbar. Achso. Warte noch, bis du trinkst. Ja, ich bin doch... Hier vorne... Ich lauf nur auf ne Flasche zu und direkt so, warte noch. Dankeschön. So schlimm ist es noch nicht. Nee, nee, wenn ihr alle herkommt, können wir hier das Fass einreißen. Dann kommt Kearsburger. Ich trink schon mal. Jetzt beginnt auch die Musik. Die ist richtig cool jetzt. Ich hör nichts. Warte, geht erst los. Oh, sind das viele Berserker. Ich trink kurz oder auch nicht. Ich hab irgendwie getrunken, obwohl ich nicht gesehen hab, dass ich getrunken hab. Ich, äh, bräuchte mal, aber ich, äh, komm leider nicht dazu. In der Mitte steht ganz viel. Ja, ich hab... Jetzt bin ich fast tot. Ich hab nur zwei Leben im Klasse. Aber du bist noch nicht grau? Nee, ich bin nur normal. Okay. Wenn du hier bleibst, spawnt auch gleich KI hier. Ich meine, Mitspieler. Au, von boh. Ach, die Musik. Hä? Die hat so ein bisschen Witcher-Style. Ich find die cool. Ich versuch mich ja auch grad ein bisschen zu konzentrieren. Boah! Ich trink mal Nummer eins. Das höre ich auf der Arbeit ständig. Muss sie oder trinken? Das trink... Ich trink noch einen. Ah, gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine drei hab. Beim Bier. Okay, wir können auch gleich hoch. Okay. Ich trink noch mal kurz was. Her damit. Uiuiuiuiui. Einfach weiter so, wie du's grad machst. Oh nein. Das ist noch einer. Kontiniert jetzt irgendwo eine Assassine. Okay, zum Glück hab ich mir grad kein Bier gegrallt. Ich seh nur noch gelb. Ich bin oben. Das geht jetzt... Ich würd' sagen hoch, aber eigentlich geht's so. Am Ende müssen wir wieder runter. Ja, ich heil dich. Kannst du auch kurz mitkommen. Oben liegt noch ein bisschen Heilung rum. Überall. Ja, hier hinten die Teilung bei mir. Ich glaub, es kommt noch ein Monster. Da ist ja ein bisschen... Ah, ich heil dich. Ist ja... Dann macht's... Ah, ich heil dich. Ah, ich heil dich. Ah, man. Ah, ich heil dich. Ach, das ist mir so gut. Ah stimmt, ich sag dir was mit dem Monster Ah cool, meine Aufnahme ist wieder gecrashed Ah geil Irgendwann musst du noch was umstellen, ganz ehrlich Okay, Monster ist erstmal wieder unten, muss nochmal laufen Ich find's cool, dass die Musik sich verändert, wenn du nüchtern bist Jaja, ich find's auch ziemlich geil Ich bin auf der Suche nach nem Bier Okay, ist down Ah, das bist du Ich holte dann, ich holte Ja, ich hol mal hier alles mögliche weg, was noch geht Wo ist Karelian? Oh, ich hab keine Ahnung Aua, aua, aua Auf jeden Fall tut sich grad alles bisschen viel weh Okay, wir können runter Uiuiui Ich bin hart verwirrt Ganz runter Ja, ganz runter Ah, okay, du bist schon da Ja, ich war auf der Zwischenschlufe und war mir nicht sicher, ob ich jetzt in den Tod springe oder nicht Das Problem ist, ich laufe ja auch eigentlich immer so bedrucken wie Ähm, eigentlich muss ich nur grad auslaufen So laufe ich ja normalerweise in dem Spiel Aua Aber so ist mein tägliches Laufen Morgens um sechs geht's los? Nee Das früheste, was ich mal gebracht hab, war halb siegen So, ich drück mal das Weinfass hier weg Ich find's lustig bei dem Wiki, da gibt es eine eigene Kategorie für interaktive Gegenstände Und da zählt dieses Weinfass dazu Cool Okay Wir haben es erstaunlich gut geschafft Aha Oh, du hast ein Bier fallen lassen Ich trinke das mal und kipp gleich um Oh, warte, ich muss noch eins trinken, sonst kipp ich gleich um Oh, warte, ich kipp jetzt gleich um Es war nett mit euch Da kommt man wenigstens mal sehen, was passiert, wenn man drei trinkt Aber ich glaub, der Countdown ist jetzt sogar resettet Ich war jetzt gerade super einsetzen, dann ist das Ding abgelaufen Ja, das Feuer macht's mir wieder besonders gut Boah, wie ist schlecht Genial So, ich will mal hier hoch, weil ich will gerne noch ein Foto machen Und zwar ein Foto, dass wir es geschafft haben Achso, ja, ich komm ja schon Ne, ne, ich meine, damit ich überhaupt was habe Aber es ging echt gut diesmal In der ersten Woche, wo ich probiert hab, hab ich irgendwie drei Fehlerversuche hintereinander gehabt Bis ich Puba gespielt hab War richtig schrecklich Boah Ich brauch jetzt erstmal ein richtiges Bier damit Mein Kopf wieder geradet Es ist schrecklich, gell, wenn man so hin und her schwankt Boah, Alter Das bin ich nicht mehr gewohnt Genial Ja, aber dankeschön fürs Zuschauen bei Amrik Ja, ich muss echt mal gucken, wie das ist mit den Quaschen Ich hab keine Ahnung Ach, ja Aber ja Dann nächstes Mal mit mehr Glück Und bis dahin Tschö, tschö Ciao